Liebe Gäste, vielen Dank für euren Besuch in dieser Wintersaison 2018-2019, die heute am Rettenbach und Tiefenbach Gletscher sein Ende findet. Ich möchte mich auch bei all unseren Mitarbeitern bedanken und Frau Holler, die uns diesen Winter reichlich mit Schnee versorgt hat. Wir nehmen uns nun auch eine kurze Auszeit und sind am 7.6. zum Bike Opening der Bike Republic Sölden wieder zurück. Freut euch schon auf die neue Gaheline, die direkt an unser Ressort angeschlossen ist und ihr damit ein tolles Bike In und Bike Out Feeling erleben könnt. Bis dahin, alles Gute, wir freuen uns schon wieder auf euer Kommen.